Die Kallostro 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 Haben Sie vielleicht Hinweise, wo Kallostro sich aufhalten könnte? Das erneute Aufziehen dieser Spieluhr hat die verdammte Hypnose von Kallostro as wieder ausgelöst. Er greift gleich an. Meine Herren, ich bin auf den politischen Machtwechsel selbstverständlich vorbereitet. Das war ja zu erwarten. Wir haben unsere versteckten Ermittler da drin. Neue Befehle! Zugriff! Sie müssen doch lernen, schneller und skrupellose Entscheidungen zu treffen, Nummer eins. Den Schlüssel vom Chef habe ich. Meine Herren, hiermit rube ich die Operation Bandora aus. Ihre Loyalität steht außer Frage und Ihre kämpferischen Fähigkeiten sind exzellent. Ist zwar nicht vergleichbar mit meinen, aber so wie ich Ihn Ehrgeiz kenne, prophezei ich Ihnen, dass Sie mir in wenigen Jahren in nichts mehr nachstehen werden, Nummer eins. Es bedarf nicht eurer Barbarei, sondern eines großen, beschwörenden Rituals. Das wirklicher Quickelche sind doch die nächtlichen Ausschweifungen, ha? Ich habe so lange darauf gewartet. Oh mein Gott. Ich bin zurückgekehrt. Ich bin zurückgekehrt. auf decken bei